Gut Damit wäre das erledigt Die Orobas Fjords sind so ruhig wie sie sein sollten Oh ja Das ist übrigens der Eingang zur Halle der Seelen Wurde ja unter dem Baum eröffnet, wie ihr euch erinnert Jetzt sieht das ein bisschen nicht mehr ganz so leer aus So So Sag mal, ich warte bei sieben Jahren Ich glaube nicht, dass ich bei dem noch mal noch etwas Neues machen kann Nee, okay So Oh, ich bin so, dass ich richtig geportet Wieder zurück? Ich bin bereit für eine weitere Runde Erkennt ihr das? Es ist Mirtos, das Schwert der Macht Ich erinnere mich an seinen Glanz Sie ist also tot Gut, endlich wird sich der Schatten von meinem Geist heben Wir sollten das feiern, mein Drachenritter Lasst Sasan bitte wissen, dass wir bereit sind Gut Gut, das und Böcksemerwille Ja, nehmen wir die Okay Drohnen soll Ich habe euch den gewünschten Erkanke vielmals Auf der Stelle Okay Gut Und schon sind sie wieder auf der Jagd nach neuem Zeugs Ich werde jetzt einfach mal Zeug reinpacken in meine Truhe, was ich nicht brauche Und das ist alles Äh Stimmt, ja Reises resten kann ich nicht So Das geht auch nicht Äh Na, Kampfschaden brauche ich nicht Fertigkeitsbuch hätte ich gerne Ein kräftiger Körper Zwei Stärke Vier kräftiger Körper Ist vielleicht nicht so schlecht Zwei Fernkampfrüstungswert Zwei Also zwei auf der Zauberung will ich schon mal nicht haben Mindestens drei Wären schon Etwas, was mir Wichtig wäre So Das kann ich nicht benutzen Gut Ja, mein Gebieter Herr Moser hat gesagt, dass meine Arena bereit für eine Verbesserung ist Das ist sie, Drachenritter Eure Arena wird eurer Macht würdig sein Bis später Gut Als nächstes zur Bezauberung Dann wird das gestattt Denn ich möchte Bezaubern Und zwar Ultrinks Beinschutz Äh Erhöhter Mana Vorrat Ja Klingt nicht schlecht Äh Lebenslinie Da fehlen mir drei Perlen Okay Aura der Vergeltung Ja, von mir aus So Ultrinks Helm Äh Mana Vorrat Nahkampfschutz Äh Aura Magieschutz Also Rubine wären noch Interessant Und Eisenkies Und Perlen Okay Bevor ich weiter Verzaubere Gut Trainings Arena Wieder zurück Ich bin bereit Für eine weitere Runde Na dann los Gut Was habe ich denn noch nicht gelernt Kann ich noch irgendwas verbessern Was interessant wäre Äh Giftpfeile meisterlich beherrschen Turfingspfeile Ich weiß nicht Ob ich die wirklich noch mal Großartig hoch mache Explosionspfeile meisterlich beherrschen Ja Äh Stärke des Waldläufers Meisterlich beherrschen Weg des Waldläufers Brauche ich 35 für den nächsten Skill Okay Naja, dann kann man auch Betäubungsfälle noch machen So Okay, mit meisterlich beherrschen Ist natürlich gemeint Dass Stufe 13 nicht die maximale ist Sondern Stufe 15 Oh ja Und ich meine Ihr seht den Schadensanstieg jetzt Für die nächste Stufe Ihr könnt euch ja mal ausmalen Was dann Stufe 15 bringt Sogar hier steigt es halt Bei der nächsten Stufe Schon um zwei Sekunden Ich hatte nur eine So Aber ich werde mit meinem Skillpunkt noch warten Ich bin nicht sonderlich zufrieden damit bisher So Unwirksamer Wille Ja, die Resistenz ist zwar schön und gut Aber eigentlich Hätte ich lieber Anderes Okay Ähm Gehen wir nochmal in den Thronsaal Sind natürlich nicht zurück Sind sie zurück, wenn ich raus und rein pohre? Thronsaal Äh, ja Ah, sie sind zurück Ich habe euch den gewünschten exzellenten Ange vielmals So Hier ist der Edelstein Neun Äh Perle Eisenkies ist erst die 10 Rubine ist erst die 12 Ja, besorgt jemand eine Perle Was ist bei dir die Neun? Oh, Neun gibt's nicht mehr Äh, Dermotox der Rät So Hier habe ich alles Es war mir eine Freude und Ehre zu bleiben Bei dir ist ein neun Dämon Mundenschein Okay Wie ihr befiehlt So, ich weiß jetzt nicht wie lange ihr braucht Aber vielleicht kann ich das ja schon wieder triggern Indem ich draußen reingehe Ist ja cool, wenn das so schnell geht Oh ja Sehr geil So Dann machst du jetzt Eisenkies Auf der Stelle Auf der Stelle Bitte sehr Äh Bei dir ist mir eigentlich relativ egal Auf der Stelle So, 10 Raus und rein Gut So, Quats Auf der Stelle Erfolgt Bitte sehr Äh Auf der Stelle Hier habe ich Es war mir eine Freude und Ehre zu bleiben Sternen, stopp Gut Und das ganze wieder weiterhin machen Weil es ist jetzt nicht sonderlich spannend Aber Ich würde ganz gerne meine Rüstung fertig verzaubern Und ich möchte von jedem Material ein bisschen was haben So 12 Auf der Stelle Erfolg Bitte sehr Oh Gold 12 12 So Okay Jetzt haben wir noch Saphir Tigerauges Binein Topas So Bitte sehr Auf der Stelle Ähm Es war mir eine Freude und Ehre zu bleiben So, bei dir ist das schon das Letzte Okay Das heißt, das ist jetzt wichtig Das ist jetzt eigentlich nur noch der Kollege, der Mir alle Edelsteine besorgt Der hier So, Tigerauge Schwarzfeld Schwarzfeld Hier habe Es war mir eine Freude und Ehre zu bleiben Wie ihr befindet Also zweimal muss ich noch Okay Spinel Aus hierhin Hier habe Es war mir eine Freude und Liebe Lungen von Blüte So Raus Und rein So Ich habe euch den Gründen Danke vielmals Hier ist der Edelste Auf der Stelle Erfolg Bitte sehr Der hat halt eigentlich schon wieder alles durch Hier habe ich Es war mir eine Freude und Ehre zu Wie ihr befindet So Ich hoffe, die haben mir jetzt nicht ganz wenig gebracht Ne, die haben mir überall immer Vernünftige Werte gebracht Gut Einmal zurück Und einmal wieder rein Und dann kann ich mich Im Grunde Nochmal um den Verzauberungen bitten Ich habe euch den gewünscht Danke vielmals Hier ist der Edelstein So, machen wir mal Eisenpies Erfolg Bitte sehr Auf der Stelle Wir haben es war Wie ihr befehlt Gut Verzaubererwerkstatt Ich müsste jetzt eigentlich von jedem Material was haben So, Ultringshelm Ja, gut Ist schon mit was verzaubert Das ist klar Nahkampfschutz Magieschutz Gut Was haben wir noch? Äh Was ist echt alles? Das wird mir von Nutzen Ja, hier fehlen noch zwei Veredelungen Da fehlen noch drei Veredelungen Was die Verzauberungen angeht Die sind fertig Okay Tja, da muss ich noch irgendwie noch an Veredelungen kommen Fragt sich bloß wie Gut Na ja dann Als nächstes Ziel Ist das Trimmertal angesehen Ja, ich möchte ins Trimmertal reisen So Okay Es hat Zeit, dass jetzt hier Die Anti-Drachen-Maßnahmen ausgestaltet werden Okay Das ist eine Brutstätte Boah, eine Brutstätte Boah, eine Brutstätte Die haben wir aber auch erledigt Das ist jetzt doch die Miene Ja, die ist auch wenn sie auf die Nebeln bedeckt Ich bin eigentlich sicher, dass ich da nochmal rein muss Na ja So Gut Gut, Magieturm ist erledigt Ah Da ist wieder eine Brutstätte Gut Jetzt da hinten Wunderbar Noch so ein fliegender Drache Da hinten ist noch ein Ballastenturm Okay Ich habe voll reingeflogen Das ist nicht kacke Damians Drachenkommandant Okay Deswegen ist er wahrscheinlich auch so stark Gut Das war mal ein Drachenkommandant Gut Das war mal ein Drachenkommandant Das war mal ein Drachenkommandant Ja Okay 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 Drachenkommandant Okay Okay Drachenkommandant Okay Okay Brutstätte ist erledigt Drachenkommandant Drachenkommandant Da ist noch einer Hm Ach da unten sind noch Zwei Ballastentürme Sind echt kein Ende So ist jetzt hier Ruhe Offensichtlich Oh mein, diese ganzen Orte darf ich auch noch abkloppern später Das ganze Trimmerteil war ja schon so groß genug So Hier ist wieder ein Bruturm Okay Oh, das war der letzte Bruturm Ah Oh, ich diesen Drachen Commandanten erlegt, da bin ich vielleicht auch alle fliegenden Einheiten weg Los Okay Stirb Bitte Die Turm Okay Ich glaube, das war's So, hier ist der Maximus-Tempel Der ist jetzt nicht mehr ganz so freundlich Ich hoffe, ich zickzackste überlebt So Tja, wo fange ich denn jetzt am besten im Trimmerteil an? Hinten bei Da, wo ich auch sonst früh angefangen habe Wäre vielleicht das Beste, ne? Warte, muss ich nicht hier lang, sondern da lang Ist jetzt so ruhig Na, ich bin zu tief geflogen Okay Ich würde sagen Kann man hier landen? Ich wurde vergiftet Äh, scheinbar Aber hier ist nichts Oder so Okay Gut Ähm Der Himmel über dem Trimmerteil ist gecleart Jetzt wird als nächstes Der Boden Des Trimmerteils erneut gesäubert Allerdings mache ich jetzt erstmal eine Aufnahmepause Bis zum nächsten Mal Und ciao